Das ist ein neuer Füllhalter aus meiner Werkstatt, ein ziemlich großer Füllhalter. Füllhalter eine neue Pluma von meinem Taller, mit einer Pluma von einem Millimeter, Typ 4. Mit einer Pluma von einem Lied, mit einem Lied, mit einem Lied, mit einem Lied. Das ist ein neuer Füllhalter, mit einer Pluma von einem Lied. Das ist ein neuer Füllhalter, mit einem Lied. Das ist ein neuer Füllhalter, mit einer Pluma von einem Lied. Das ist ein neuer Füllhalter, mit einem Lied. Das ist ein neuer Füllhalter, mit einem Lied.